willkommen zum weiteren teil ja die plattform kennt eigentlich nur wenn ich klemmbaustein videos oder lego videos aufnehmen diesmal ist aber nicht dafür gedacht ja es neigt sich so langsam das ende des jahres zu die winterzeit fängt an also die vorweihnachtszeit fängt an ja und dazu kommt wie jedes jahr kalender auf meinem kanal diesmal habe ich wieder zwei stück für euch zweimal süßigkeiten im adventskalender einmal in nostalgie süßigkeiten und einmal aus den usa ja dazu die werde ich immer im darf zu welcher 24 kleine videos machen aber ich werde beide wie ihr kann kalender in den videos so komplett beide zusammen immer aufmachen also dass ihr so gesehen am ende 24 videos habt aber ihr seht was beides in beiden kalender drin steckt ja und dann würde ich mir sagen holen wir uns mal den ersten ran ja es ist ein bisschen ein bisschen größer für mein setup hier aber es sollte reichen hier oben habt ihr schon 24 kleine usa sweets also kleine candies so seht ihr ein bisschen das design mit der amerikanischen flagge der freiheitstatue ja und hier unten halt ein bisschen so gesehen in so knusperhäuschen optik der rückseite ist eigentlich gar nichts mehr drauf oder dings das spielt sich alles nur auf der vorderseite ab hier oben in der ecke haben wir die 1 würde mal sagen starten wir mit das erste türchen machen es auf da haben wir gleich ganze zwei stück drin ja dann ist leer jörg weiß ich nicht was das ist das kann ich nicht sagen wir haben zwei stück ich würde mal sagen eins machen wir mal auf ok schokolade ok ich weiß was das ist hat eine füllung drin so gesehen schokolade mit pfeffermünz füllung ist das ja und dann würde ich mal sagen wir haben natürlich zwei hier ist der noscaldigi adventskalender mit ich glaube die kennt eigentlich jeder die kaugummiautomaten wo man die dann so gesehen und nicht hier ist wohl hashtag 1 türchen nummer 1 weil ich sehe jetzt auch kein anderes mehr wenn es jetzt nicht ist dann haben wir pech aber wie es aussieht ist das wo sein türchen nummer 1 ja ok das brauche ich jetzt nicht öffnen brauche ich auch nicht kosten das kennt jeder von euch dann war einmal in dem einen kalender das drin und im anderen kalender die süßigkeiten mit der schokolade und der pfeffermünz füllung ja und dann würde ich mal sagen wenn euch der ganze türchen heute das erste gefallen hat drücken gerne das däumen nach oben lasst mir ein